Herzlich willkommen bei Aktien im Fokus, dem Format auf Free Stocks zusammen mit FIT4Finanzen. Mein Name ist Andreas Bernstein. Der Roland Jägen wird mit mir zusammen charttechnisch und auch fundamental heute eine Aktie erörtern, die die wertvollste Aktie der Wall Street ist. Mehr verrate ich nicht. Und da sind wir auch bei dem Bild. Hallo Roland. Hallo Andreas, schönen guten Tag. Ja, wir sprechen heute tatsächlich über die wertvollste Aktie an der Wall Street. Ich glaube, wer das Format oder die Börse allgemein verfolgt, der wird wissen, dass es um Apple geht. Genau, um die Apple-Aktie. Wir hatten interessante News in der letzten Woche. Wir haben ein neues Allzeithoch gesehen in der Apple-Aktie. Von daher schauen wir uns jetzt die Aktie etwas näher an und geben auch so einen kleinen Ausblick, was wir vielleicht für die kommenden Monate zu erwarten haben und insbesondere auch, wie die neue Technologie hier ankommen könnte. Genau. Nachdem wir das letzte Mal, als wir über Apple gesprochen haben, über die gigantische Performance berichteten, sprechen wir jetzt im Kern über das Ereignis, was zum Allzeithoch meines Erachtens führte, nämlich die Entwicklerkonferenz. Die findet zweimal im Jahr statt. Das ist ein Riesenaufwand, auch medial. Werden wir gleich nochmal zeigen, was da hinten dran steckt oder dahinter steckt. Und Apple präsentiert dann sehr medienwirksam neue Produkte, die ja oftmals auch als Meilensteine der Technik gelten. Genau. Also das war ein interessantes Event. Kommen wir gleich näher darauf zu sprechen. Und ja, wir schauen nochmal kurz zurück auf die vielen Meilensteine, die Apple in der Vergangenheit schon hier gesetzt hat. 1980 ging es los mit dem ersten Computer mit einer Maus, letztendlich für Technik-Fans. Und dann stand man viele Jahre natürlich für seine Grafikanwendung, war so ein bisschen in einer kleinen Nische vielleicht auch gefangen. und konnte dann insbesondere 1999 mit dem iMovie einen digitalen Camcorder etablieren, mit dem verschiedene Aufnahmen produziert werden konnten. Mit dieser Technologie, mit dieser Software, die man letztendlich nutzen konnte. Und die großen Revolutionen kamen dann sicherlich Anfang der 2000er. Los ging es mit dem iPod und dann sicherlich bis heute. Das wichtigste Produkt von Apple ist das iPhone, das es in diesem Jahr dann schon in der 15. Auflage geben wird. Und dann folgten mit dem iPod und den Wearables natürlich viele, viele andere Produkte. Und ja, in diesem Jahr gab es jetzt eine weitere Innovation, die präsentiert wurde. Und da gehen wir gleich näher drauf ein. Genau. Man fragte sich ja auch die letzten Jahre, was ist der Next Big Thing sozusagen? Weil Computer schneller machen oder auch die Smartphones verbessern oder Kopfhörer und so weiter. Das ist ja nicht unbedingt etwas, was die Welt vorher nicht gesehen hatte. Und da hatte Apple immer den Anspruch, neue Meilensteine zu setzen und die, wie eingangs gesagt, auch entsprechend zu produzieren und publizieren. Und da hat man im Vorfeld von der Entwicklerkonferenz, die vor genau einer Woche am Montag stattgefunden hat, schon gesehen, da wurde eine riesige Bühne aufgebaut. Jetzt stolpere ich selber schon, wenn ich das sehe. Ich war tatsächlich auch bei dem Apple-Firmensitz schon einmal zugegen. Das ist ein Riesenareal, kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, es ist ein sehr interessantes Areal, was man hier hat, diesen Apple Park. Und da hat man gerade für dieses Event dann entsprechend nochmal groß angebaut, könnte man sagen, dieses Demo-Zelt und dann auch ein großes Außenkino, wo letztendlich hier auch wieder Gäste live vor Ort sein konnten, um dieses Event dann letztendlich hier mit zu verfolgen. Ja, und das Highlight war am Ende, Trommelwirbel, eine Datenbrille. Sieht ein bisschen aus wie eine Taucherbrille. Ich habe überlegt, ob ich eine Taucherbrille aufsetze oder ob ich die alte Google-Brille aufsetze, die es ja auch schon mal gab. Also in der Richtung gab es schon einiges oder gibt es auch einiges. Jetzt ist die Frage, ist das jetzt der innovativste Schuss überhaupt? Wir schauen uns das Produkt mal ein bisschen genauer an, oder? Genau, schauen wir uns diese Apple Vision Pro, so soll sie heißen, mal etwas näher an. Also es sieht durchaus hier nach einer futuristischen Datenbrille aus entsprechend. Und ja, das Interessante ist auch, dass diese Augen, die man hier bei dieser Dame auch sieht, in der vorangegangenen Folie, dass die entsprechend nur projiziert werden dahin. Das heißt, letztendlich hat man ja das Display, auf das man schaut und die tatsächlichen Augen werden dann hier von außen auch nur entsprechend drauf projiziert. Also man kann nicht wirklich durchschauen quasi, das ist auch ziemlich futuristisch. Und ich dachte als erstes, als ich das Bild gesehen habe, man hat dann eine Art Fernbedienung in der Hand, wie bei so einem Stuhl, wo irgendwie die Lehne hochgeht oder irgendwas. Nein, das ist tatsächlich ein Akku. Und dieser Akku, der hält zwei Stunden. Wir kommen gleich mal zu den Anwendungsgebieten von der Datenbrille. Aber ob zwei Stunden dann ausreichen, ohne externe Stromquelle. Und wenn die externe Stromquelle dran ist, ob man die nicht manchmal vergisst, wenn man aufsteht irgendwie? Das sind so die Fragen, die ich als erstes hatte. Ja, das sehe ich ganz genauso. Das ist ein kleiner negativer Punkt mit diesem Akku, der doch nicht so lange hält, wie man es vielleicht vom iPhone oder auch vom iPad kennt, sondern mit einer sehr überschaubaren Laufzeit. Und das ist vielleicht auch einer der negativen Punkte, an dem man aber sicherlich noch arbeiten wird. Das kennt man auch von Apple, nachdem man die Produkte dann am Markt etabliert hat. Da gibt es häufig Verbesserungen dann auch mit dem Nachfolgermodell. Und das wird sicherlich auch bei der Apple Vision Pro der Fall sein. Ja klar, Akkus werden immer flacher, immer schneller, die Kameras immer hochauflösender. Klar, da gibt es auch technische Raffinessen. Die Bedienung ist ansonsten relativ einfach. Also man hat diesen kleinen Knopf, den man schon von den Apple AirPod Max, glaube ich heißen die, gewöhnt ist. Und man kann ansonsten mit den Gesten, mit den Handbewegungen ganz viel steuern. Und das gibt auf alle Fälle ganz viel Raum, um zum Beispiel im Homeoffice dann nicht mehr mit großen Monitoren, so wie wir das im Trading kennen, zu arbeiten, sondern das Ganze nur virtuell darzustellen. Ja, man kann sich wirklich viele virtuelle Monitore, Screens dann parallel einblenden. Ich denke, wir kennen beide, dass wir hier mit vielen Screens arbeiten. Und dann braucht man die vielleicht irgendwann nicht mehr physisch alle vor sich, sondern kann sich die virtuell einblenden, wie man sie benötigt. Das finde ich durchaus interessant. Insbesondere für den Homeoffice-Einsatz natürlich, dann braucht man nicht zu Hause die große Technik, sondern ist dann vielleicht noch flexibler, was auch den Arbeitsort hier anbelangt und hat trotzdem alles, was man benötigt, dann mit dabei. Verschiedene Screens, Tastaturen kann man sich einblenden. Und da kann man sehr einfach dann auch zwischen diesen Monitoren hin und her navigieren. Ja, ich habe noch immer da das Fragezeichen im Kopf, wie man in der Luft mit einer Tastatur virtuell schreiben kann. Also wo sind da die Anschläge? Aber das wird sich alles noch herausfiltern. Überzeugt hat mich auf der anderen Seite, um auch positive Aspekte von mir nochmal in den Vordergrund zu stellen, dass, glaube ich, Social Media ein ganz anderes Erlebnis bietet. Ja, das auf jeden Fall. Das sieht man hier auch schon entsprechend in dem nächsten Bild, dass man einfach ein Stück weit interaktiver dann auch mit Menschen kommunizieren kann und das sieht durchaus sehr, sehr interessant aus und ist sicherlich auch ein wichtiges Anwendungsgebiet für diese Brille. Ja, und wer da nicht genug hat im Homeoffice und sich weiter mit der Brille auch am Abend beschäftigen möchte, der kann sich ein riesen Entertainment-Paket hier zusammenstellen beziehungsweise einfach wie bei einer Kinoleinwand das Bild so groß zoomen, dass man aus dem Staunen gar nicht mehr rauskommt. Genau, da braucht man nicht den großen Fernseher zu Hause, sondern kann sich das Format, wie man es haben möchte, entsprechend auf der Brille dann hier einstellen. Also es sieht durchaus sehr, sehr interessant aus hier auch für Film-Fans. Und ja, es wird ja auch so als Mixed-Reality-Brille entsprechend hier kommuniziert, also so eine Mischung aus der Realität sein, die man letztendlich mit der virtuellen Welt hier vermischen kann. Und das ist natürlich auch dieses Home-Entertainment, ist ein wichtiges Anwendungsgebiet dafür. Während die anderen, die vielleicht im selben Raum sind, die Augen quasi projiziert sehen, kann ich die anderen auch aufnehmen durch eine Außenkamera? Auch das ist möglich. Also man ist nicht total blind wie mit einer angelaufenen Taucherbrille. Genau, man kann sich einfach über diese Kamera, die entsprechend auch diese Brille mitbringt, dann die Realität mit in seine virtuelle Umgebung einblenden lassen. Und ja, diese Vermischung von Realität und virtuelle Umgebung finde ich durchaus sehr, sehr spannend. Hört das nicht dann, zumindest in Deutschland, ein Datenschutzthema, wenn man denkt, ach, der hat seine Brille auf und guckt sich gerade einen Film an und in Wirklichkeit belauscht er alle Gespräche und nimmt auf, was sonst noch so passiert? Also das wird sicherlich ein Thema, ein Datenschutz ist ein großes Thema, wenn es hier auch um technische Innovation geht. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass hier die Datenschützer auch noch den einen oder anderen Punkt an dieser Brille oder diesen oder anderen Modellen kritisieren werden und man vielleicht sogar da vor diesem Hintergrund noch etwas nachbessern muss. Ja, ich sehe schon, die Schlagzeile Brille gibt es ab 2024 in 197 Ländern außer Deutschland. Also man weiß es nicht. Kann ja sein. Ja, die Frage nach der Präsentation war natürlich, was kann die Brille wirklich? Tim Cook hat da auch einen riesen dramaturgischen Bogen davor vollbracht, um das Produkt anzukündigen. Und am Ende muss es auch in die Läden kommen, denn dieses Jahr findet das noch nicht statt. Und das war auch die Enttäuschung, die man letztlich auch an demselben Tag noch im Aktienkurs gesehen hat. Die gibt es tatsächlich erst ab dem nächsten Jahr zu kaufen. Genau, die gibt es erst ab dem nächsten Jahr. Und da muss man wirklich mal schauen, wann dann auch das finale Datum veröffentlicht wird, ob es da nicht zu Verzögerungen kommt. Aber die Fans müssen sich auf jeden Fall noch etwas gedulden. Und man sieht auch, dass diese Brille durchaus sehr, sehr teuer sein wird. 3.500 Dollar. Man weiß natürlich, dass Apple immer im hochpreisigen Segment unterwegs ist. Kennt das vom iPhone oder auch vom iPad. Aber 3.500 Dollar ist dann doch eine Hausnummer, die dann drei- bis viermal durchaus so teuer ist wie ein iPhone. Von daher, das wird sich sicherlich nicht jeder Apple-Fan direkt hier auch leisten können. Ja, und vor allem bringt es ja auch nichts, wenn man sagt im Familienrat, wir kaufen uns jetzt mal was Hochpreisiges. Und dann ist es eine Brille, die nur eine aufsetzen kann. Also bei einem Film vor einem Fernseher zum Beispiel, da können ja wenigstens alle Familienmitglieder teilhaben. Genau, und wenn man dann wirklich drei oder vier Brillen vielleicht für die ganze Familie hier kaufen muss, dann ist man ja fast schon im Bereich eines Kleinwagens hier angesiedelt. Von daher, ja, kein günstiges Produkt. Und da werden sicherlich die Preise vielleicht auch noch leicht angepasst werden mit zukünftigen Modellen. Das ist auf jeden Fall ein sehr hoher Einstiegspreis, den Apple hier anvisiert. Ja, vielleicht macht es die Konkurrenz dann auch ein bisschen anders. Sie hat zumindest keine Angst. Auch das habe ich gelesen, dass Mark Zuckerberg, der ja mit dem Metaverse quasi den ersten Grundstein gelegt hat, in so eine virtuelle Welt einzusteigen und die ja auch eine Brille gebaut haben. Er sagt, das interessiert mich nicht weiter, wir machen unser Ding. Genau, da bleibt er durchaus gelassen. Es bleibt aber zu sagen, Mark Zuckerberg ist ja nicht wirklich der Durchbruch hier gelungen mit dem Metaverse. Und Apple könnte vielleicht dies gelingen. Zumindest könnte man sagen, nachhaltige Impulse auch für diesen Virtual Reality Sektor zu schaffen, der doch aktuell sich eher relativ zurückhaltend, möchte ich sagen, entwickelt hat. Und Apple ist immer gut, um dann vielleicht auch die nötigen Impulse zu setzen. Und dann können die anderen vielleicht auch im Fahrwasser dessen mitschwimmen. Und ja, da darf man gespannt sein, ob diese Innovation letztendlich dann hier, ob der Hype vielleicht auch gelingt, um dann hier wirklich eine nachhaltige Erfolgsgeschichte auch mit diesem Produkt zu schreiben. Ja, und welche Firmen darauf anspringen? Denn man kann ja dann wieder viele Tools wie auch im App Store bei Apple selbst runterladen, die dann in dem Design gehalten sind. Vielleicht setzt Apple da auch erst einmal Design-Standards und Programm-Standards, die dann andere nutzen sollten. Ja, ich persönlich war auch ein bisschen enttäuscht. Nicht, weil ich Brillen nicht mag oder so, sondern weil ich dachte, jetzt kommt endlich mal das Apple Car auf diese Showbühne gefahren und es kam wieder nicht. Es kam wieder nicht, muss man leider sagen. Also da haben wir auch schon vor einigen Ausgaben hier näher drüber gesprochen. Leider gab es keinerlei Hinweis darauf, wann das kommen könnte. Also hier scheint man mit der Entwicklung noch nicht soweit zu sein, um da wirklich auch letztendlich dieses Produkt vorstellen zu können. Ja, wir sind gespannt. Trotzdem, ich hatte es eingangs ja schon mit dir ganz kurz besprochen, ein Allzeithoch gab es bei der Aktie. Da fragt man sich von der Unternehmensbewertung, läuft die aus dem Router? Kann man eigentlich schon anhand von KGV oder den Unternehmensdaten zum EBDA sagen, nein, nicht wirklich, denn die Gewinne sprudeln ja auch weiterhin? Genau, die Gewinne sind weiterhin sehr, sehr hoch und auch der Ausblick sieht positiv aus. Also man sieht ja, dass man vom KGV hier entsprechend dann auch etwas zurückgekommen ist von diesen Hochs bei über 30, wo man sich schon befunden hat im Jahr 2020. Von daher ist hier durchaus Luft nach oben und jetzt schauen wir mal auch auf den Ausblick für die kommenden Geschäftsjahre. Da sieht man durchaus größere Umsatzsteigerungen, die hier weiter prognostiziert werden. Denn auch der Gewinn soll weiter steigen. Die Margen möchte man auf hohem Niveau hier auch weiter halten und das ist positiv. Und dann demzufolge auch den Gewinn pro Aktie weiter steigern. Also das sind sehr, sehr gute Zahlen, die Apple hier letztendlich zu bieten hat. Und vielleicht nach so einem kleinen Luftholen, das ist ja nicht wirklich eine Teilsohle, die man hier auch gesehen hat in der Apple-Aktie, könnten dann auch wieder noch bessere Jahre vielleicht im nächsten oder im übernächsten Geschäft sehr anstehen. Ja, die Analysten sind zumindest nach einem Nachdenken über die Brille dann doch begeistert gewesen und haben ihre Bewertung auf Kaufen belassen, sogar die Kostziele angehoben. Ziel 210 Euro war das aktuellste von Jefferies. Und jetzt bin ich tatsächlich gespannt, was du charttechnisch mit dem FreeStocks-Tool aus der Aktie rauskitzelst. Ja, schauen wir uns die Aktie etwas näher an. Zunächst im Wochenchart. Hier sieht man das neue Allzeithoch bei 184,95 Dollar, das in der letzten Woche markiert worden ist. Die Aktie ist natürlich schon sehr, sehr weit gelaufen in diesem Jahr. Hier sieht man diese fulminante Aufwärtsbewegung. Wenn man dann mal in den Tagesschart etwas reinzoomt, da sieht man auch, dass dieses initiale neue Allzeithoch hier auch stark abverkauft worden ist, entsprechend nach den News. Und man befindet sich jetzt wieder unterhalb des vormaligen Allzeithochs. Und das könnte jetzt vielleicht kurzfristig auch einen potenziellen Widerstandsbereich hier darstellen bei 182 bis 183 Dollar. Da handeln wir aktuell darunter. Ich denke, sollte es nicht gelingen, diesen Widerstand zurückzuerobern, könnten hier weitere geringfügige Abschläge folgen in den nächsten Tagen und Wochen. Und man sieht ja, der 50-Tage-Durchschnitt wurde seit Januar nicht mehr getestet. Also perspektivisch, der zieht natürlich jeden Tag nach, könnte dieser getestet werden. Und dann vielleicht kommt er auch zusammen mit dieser horizontalen Unterstützung bei ca. 171, 172 Dollar. Ich denke, ein Rücksetzer in der Apple-Aktie hier zu einem markanten, gleitenden Durchschnitt wie dem 50-Tage-Durchschnitt ist durchaus dann wieder in Kauf, um trendfolgend einzusteigen. Und ja, nach einer Konsolidierung könnte dann vielleicht auch ein neues Allzeithoch in der Apple nur eine Frage der Zeit sein. Ja, da kann ich nur immer wieder einen guten Freund zitieren, der auch an der Börse aktiv ist. Die Apple-Aktie, auch wenn sie teuer erscheint, kauf dir welche, denn von der Performance kannst du dir dann auch die teuren Geräte leisten. Das ist doch auch eine Strategie. Das ist durchaus eine gute Strategie. Von daher macht es, denke ich, durchaus Sinn, Rücksetzer zu nutzen, um sich zu positionieren. Weil man sieht ja auch, die Apple-Aktie war im letzten Jahr einer der wenigen Aktien, die relativ wenig geschwächelt hat letztendlich und ist jetzt schnell wieder auf einem neuen Allzeithoch. Und davon sind viele, viele andere Technologiewerte auch sehr, sehr weit von entfernt. Ja, aber die picken wir uns auch raus und schauen sie uns näher an. Das war das Update zu Apple und zu anderen Aktienfolgen-Updates. Ganz lieben Dank für deine ausführliche Chart-Analyse und das Gespräch, Roland Jägen. Bis bald. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.